Knöllchenrevolution. Nie wieder Strafzettel. Knöllchenmachtwort. Rechte von Falschparkern bekräftigt. Anlass der Diskussion? Ein Autofahrer hatte sich bis nach Karlsruhe geklagt, weil er sein 30-Euro-Knöllchen nicht bezahlen wollte. Die Richter in Karlsruhe entschieden, dass der Halter eines Autos nicht automatisch der Täter ist, wenn mit dem Wagen Parkverstöße begangen werden. Gregor Samimi ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und klärt auf. Im fließenden Verkehr war es ja bis jetzt unstreitig. Da wusste man ja im Prinzip durch das Blitzerfoto, wer gefahren ist. Nur beim ruhenden Verkehr, bei den Parkverstößen, ist ja nie einer dabei. Deshalb tun sich die Behörden total schwer zu ermitteln, wer konkret gefahren ist. Das hatte das Bundesverfassungsgericht den Gerichten noch mal ins Stammbuch geschrieben. Ganz ungeschoren davon kommen Halter nach Parkverstößen aber nicht. Auch wenn sie den Fahrer verschweigen. Eine Vorschrift im Straßenverkehrsgesetz sieht vor, dass bei Parkverstößen, bei denen der Fahrer nicht festgestellt werden kann, der Halter die Verfahrenskosten trägt. Also die Behörde schickt ja in der Regel einen Anhörungsbogen raus. Und dann hat der Betroffene rund zwei Wochen Zeit, sich da zu positionieren und sich dazu zu bekennen oder den Verstoß abzustreiten oder einfach auch nichts zu sagen. Und wenn in dieser Zeit nichts passiert, ergeht in der Regel einen Gebührenbescheid. Der hat eine Größenordnung von 28,50 Euro. Das gilt übrigens auch für schwerwiegendere Verstöße, wie zum Beispiel auf dem Fahrradweg zu parken, wofür es auch normalerweise einen Punkt geben würde. Die Gerichte und die Behörden müssen sich jetzt wieder neu sortieren und müssen versuchen, diese Entscheidung in die Praxis zu übertragen. Und das wird nicht ohne ganz erheblichen Mehraufwand verbunden sein. Und der Anwalt vermutet, dass den Behörden so in Zukunft so mancher Falschparker durch die Lappen gehen wird. Ich mach kurz eine Trinkpause und hab einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen, dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.